Und, äh, ja, machen wir mal weiter, ne? Ich weiß nicht, was es am Ende bringt, glaube ich, auch so Achievement-mäßig. Boah, hoffentlich kommt dieser eine nicht mehr. Für die königlichen Waren dieses Reiches sind wir allesamt kommende Opfer. Das sieht ziemlich, ziemlich hart danach aus. Genau danach. Aha. Gut, ich glaube, wir ballern da einfach so drauf. Oh mein Gott, da ist noch ein Panzer da. Alter. Man schreibt gar nicht. Alter. Alter, hat er gezogen. Er soll uns kein zweites Mal treffen. Gut, dann locken wir ihn hier mal weg. Dann... Wir gehen erstmal die Zähne hier looten. Und dann... Holen wir uns hier Leben zurück. Okay. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen. Na, der wäre jetzt echt, ne? Ich schon wieder... Ich könnte nicht mal das Teil looten von dem einen da, der noch zu verreckt ist. Ja, aber das war so gedacht. Na, hier wieder. Das ist Standard, weißt du? Ähm, du spawnst und der nächste, der lasst gerade auslaufen, die Stage machen. Und, äh... Was bringt denn das hier? Und dann ist hinten dran, also auf der anderen Seite halt einfach der Weg, ne? Okay, jetzt ist das hier was. Da Fläschchen. Oder das da? Die Tee-Kanne. Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist da drauf? Ah! Okay, jetzt verstehe ich nämlich auch, wieso das hier da ist. Deswegen nämlich. Ich hab mir schon gedacht, das muss ja irgendeinen Nutzen haben. Ich muss sagen, ich benutze die Tee, kann er echt nur für sowas, weil ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Gibt's nix. Außer Zähnchen. Zahnwald. Ich will jetzt auch nicht wetten, dass... Ah. Na, was sagst du? Wir sind voll gut. Sowas ist einfach Skill. Ich glaub, die Königin, die mag uns einfach nicht. Hm. Jetzt wüsste ich halt gern, warum. Ja, das ist ne eh die Erinnerung von der Alissa. Da blickt man eh nicht durch. So, jetzt weiß ich nicht, wo es lang geht. Also, das sagt er uns. Da gibt's das hier. Und da gibt's das hier. Aber das sieht hier mehr nach Erinnerung aus. Ne, nicht kaputt machbar. Na, dann heilen wir uns erst mal auf unsere zwölf Rosenblätterchen. Oh, nicht ganz. Ja, dann. Ja, dann. Ja, dann. Ja, dann. Spring. Spring. Spring, Spinner. So, komm. Fertig. So. Jetzt sind wir full life. Und rüber. Erinnerung. Rett uns, Alice. Rett uns, Alice. Rett uns, Alice. Lass uns nicht allein, Alice. Lass uns nicht zurück, Alice. Lass uns nicht zurück, Alice. Bleib bei uns. Okay. Geht klar, Alter. Ey. Äh. Joa. Äh. Das blöde ist. Ich glaube, wir können nachschauen. Erinnerung. Das war so ein Schlösschen. Und das war... Kapitel 3, Kapitel 4. Ein Hilfespray. Ja. Gut. So kann man nachprüfen, ob man Sachen schon geholt hat oder nicht. Finde ich auf jeden Fall ziemlich gut. Geh mal auf Zähnejagd hier. Zahnjagd. Zahnjagd heißt das. Ganz wunderbar, ey. Ohne Mühe. Ohne Mühe. Ohne irgendwie da hängen zu bleiben oder so. Sowas haben wir schon mal gehabt. Dann gehen wir erst links lang. Oh. Hm. Einmal ist der Wüstling mir in die Sammläte am Bahnhof heute nur gefolgt. Ich musste den Aufseher rufen. Jetzt frage ich mich, wie kommt man da durch? Jetzt noch gar nicht? Oder irgendwie? Warte, warte, warte. Da ist das Ding. Da. Hier geht's noch lang. Hm. Hm. Ich würde jetzt ganz grob sagen, dass es hier weiter geht. Aber ich will wissen, ob es da überhaupt einen Weg gab, der da hinten zu dem Ding geführt hat. Wohin das geführt hat, was es bringt und so. Da weiterlegen ist. Das heißt, es müsste hier irgendwo an der... Äh. Gibt's einen Schaden oder... Das war doch da lang, oder? Geht's auch nicht lang. Vielleicht ist es was, damit man nicht zurücklaufen kann. Aber komisch, ich war da... Ich war da ja noch gar nicht. Okay. Gut, also wir können nicht zurück. Und lesen wir schon, was da steht. Gut, sagt mir nix. Ach ja. Easy peasy. Sieht aus wie ein Herzcontainer. Das Ding hier dran. Hat der sie gesehen, oder? Zeig's nochmal kurz. Da oben, das da oben. Wie ein Herzcontainer, bei Zelda. Da. So. Da müsste das hier kommen. Ja. Und, äh, rüber. Ah, okay. Ähm. Da muss ein Gewicht drauf. Und dann gehen wir hier lang. Ui. Ah, da bin ich runtergelaufen. Zu stürmisch. Wieder eine Heilblume. Aber wir haben schon alles. Ganz einfach. Jetzt muss ich mir gucken. Jetzt weiß ich nämlich nicht. Da ist eine Erinnerung oder sowas. Nein. Gut. Dann müssen wir da hinten. Also was drauflegen. Damit wir die Erinnerung kriegen. Boah, ich hab halber geraten. Vom Glück hat's gestimmt. Die Plattform war da. Ich hab's, ich hab's ganz, ganz leicht schimmern gesehen. Boah. Zum Glück. Okay. Da geht's auch noch nach oben. Hm. Gut, okay, hör mal. Das, glaub ich, schaff ich nicht. Ich will noch das Zeug looten. Okay. 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 Jetzt haben wir die Zeitanzeige. Das könnte halt ganz knapp werden. Ja, ne. Ja, ne, schaffen wir nicht. Ja, komm. 40 Zähne. Das machen wir auf jeden Fall. Geht das nicht auch so? Ne. Dann wieder zurück. Häschen drauf. Na, da kommen wir so rüber. Hätten wir eigentlich doch schaffen können. Und rüber. So. Ist ja wieder so viele Wege. Also. Gegner. Uhr. Hier. Äh, Uhr. Ja. Einmal kaputt. Okay. Ich wundert's. Ich hab noch keine Schweinsnase gehört. Die müsste gleich kommen. Die müsste gleich da sein. Uhr. Immer noch kein Hinweis. Darauf, dass da eine Uhr sein könnte. Oder? Ja. Habt ihr eine Uhr gesehen? Ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was das gebracht hat. Das hat für mich grad keinen Nutzen gehabt. Das hat für mich grad keinen Nutzen gehabt. Naja. Ein paar Zähnchen, aber das war's eigentlich dann schon. Gut. Ich will eigentlich nicht frontal so lange laufen. Aber wir checken noch kurz nach, was, ähm, was bringt diesen dieser Schalter. Ach, der macht die Uhr dahin. Okay. 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 Dann hat das natürlich viel Nutzen, ne? Dann, 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 dann. Das ändert natürlich alles. Hoppa. Und dann zählen wir da schnell drauf und aktivieren diese Uhr. Und dann kommt dieser Stein da hoch. Man kann diese, man kann diese Blöcke hier immer noch gut erkennen. Wie so lila schimmern. Aber das ist... Also, wenn ich nicht wüsste, dass da einer wär, dann würde ich die in keinesfalls erkennen. Und ich horch auch die ganze Zeit wegen der Schweinsnase. Weil die hier überall sein könnte einfach.